so meine freunde da sind wir schon wieder wir haben schnell auf screen wieder alles hingestellt ist war natürlich nichts gespeichert was für ein anfang du arsch wir haben schnell auf screen da vorne das wieder hingezimmert was wir vor hatten damit ihr euch das nicht schon wieder reinziehen müsst ein bisschen was ist ein glück geblieben nicht alles aber so einiges ihr werdet gleich sehen dass wir die erste falle plus wende wieder hingezimmert haben so schnell was gefuttert damit wir weitermachen können in der zeit haben wir noch schnell acht schlitten gebaut damit wir vorankommen für euch und nun seht ihr unser wunderwerk wie weit wir sind also wir haben nicht viel weitergemacht die einzige neuerung die wir noch mit eingebaut haben ist um unsere wände zu schützen was wir jetzt fortfahren werden ist das hier mit zuzubauen also sprich das bauen wir jetzt genau hier auch nochmal hin jetzt seid ihr auch dabei damit die uns nein 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 scheiße hefe alter wo bist du kacke nein das ist das problem wenn ich da alleine rumlungern ne oh gott hier ist bambi da ist er ne du blöder Pänner du jetzt stirb doch mal voll dramatisch hier gemacht mittlerweile in den Forrest die voll die DIVAS sind das geworden ey ist ja schlimm ja vielleicht wollte ich erstmal hier vorne mit ab verdammt ey verdammt ey so ähm hier waren wir genau wir wollten so ein jetzt hier mit rein stellen so ungefähr ja kommt doch gut ist zwar ein wenig mehr arbeit aber somit haben wir nachher das glück dass sie uns eben halt nicht jede wand kaputt hauen und dann löcher entstehen also ich hoffe es dass die idee nicht zu schlecht ist so Schlitten leer Schlitten wieder hier hinstellen und wir nehmen uns den nächsten ja der hat uns echt mies angegriffen eben wir konnten uns überhaupt nicht wehren wir waren im Buch und dann habe ich mich auch noch verdrückt aufs versehen Inventar gewählt und ach lief gerade alles nicht ja genau zwei baumstirmen achso kommt hin war alles okay Kirby ist völlig durcheinander jetzt oh wir müssen mal Steine nebenbei sammeln hey die brauch erstmal ne Pause nein natürlich nicht so wir sammeln hier nebenbei Sticks also nicht nebenbei wir brauchen die und dann haben wir die nächste Falle gleich hier drinnen eigentlich haben wir hier echt alles bewubert Bruder kannst du dich hier betonten lassen ja ich muss den gucken welchen Baum fällt so drei noch der fehlt aber richtig toll jo der wollte ich ne Runde ärgern so hi Bambi und die nächste Falle ja was ist denn hier passiert ach ne ist alles okay Quatsch Kirby ist einfach nur durch den Wind war alles in Ordnung ähm wir wollen wieder Wände jetzt müssen wir jetzt müssen wir ja an die wollen wir ran und dann bis da jo ist sie ein bisschen schräg gefällt mir wieder nicht keine Ahnung warum man das ausrechnet so gucken ob wir es jetzt wieder hinkriegen da ran und dann ziehen wir es hier ein Stück rüber jawoll also wir müssen das selber immer ein klein wenig mit ausrichten jetzt ich weiß nicht wieso keine Ahnung aber auch das sollten wir eben bekommen dann müssen wir eben halt jedes Mal ein klein wenig drauf Acht geben soll ich dir den hier lassen ja lass ich den mal hier ich übermacht so wir holen uns erstmal die Schlitten hier unten natürlich und hoffen dass wir vorankommen ungestört mal wär natürlich auch ganz ganz das glaube ich wird aber uns in der Forest Karriere nicht mehr passieren ja ne das denk ich auch nicht ne das denk ich auch nicht leider kannst du nicht pennen gehen oder so das wäre noch eine richtig geile Möglichkeit ja auch ein Multiplayer ja das hab ich noch da gehört oder der als ja wieso treffen wir den wieder nicht mehr. Ey, dieses Spiel, ne? Ja, genau. Hauen wir mal andauernd in die Fresse. Schnell Medis genommen. So, für eine hat sich die Falle wieder ausgelöst. Ausgelöst, genau. Gelohnt. Wir wissen schon, was wir sonst können. Oh Gott, ey, was denn los hier jetzt? So, Miststück. Kaum ist es Nacht, ey, kommen die Biester wieder, ne? Ja, etwas übertrieben, ne? Ja. Ist ja, das müsste es echt noch geben, dieses Pen einfach, wenn der Server-Admin-Pen geht, oder alle gleichzeitig, wie bei Minecraft so mäßig. Müsste jeder kennen mittlerweile. Ne? Also, wenn Minecraft nicht kennt, der hat so ein Leben von Pen. Ähm, ja, da kannst du es ja auch eben halten. Legen sich alle ins Bett, oder was? Alle drücken auf Speichern. Oder man baut echt Betten, was weiß ich nicht, kann man ja auch mittlerweile zum Speichern. Oh, sehr cool. Na, dann ist man diese bekloppte Nacht los. Weil es ist so, nachts gehst du ein riesen Risiko ein, beim Bauen. Oh, das ist zu doll. Immer noch. Ich glaub, das könnte was werden. Jawoll. Geh' dir mal den Leichnam da weg. Schmeiß' den Platz mal hin. Jo. Ja, oder das ist halt so, wie du schon mal gemeint hattest du, sag mal, mobile Lampen geben würden, ne? Ja, das wär auch noch geil, ne? Also... Ah, die könnten so viel noch bringen, ey. Es ist... Wir haben ja die Petroleum-Lampen schon unten gesehen jetzt. Also, warum man die nicht einfach mit hochgehen kann. Wird ja schon reichen. So, äh... Dann müsstest du halt als nächstes eine neue Plattform bauen, damit ich weiß, welche Bäume ich abfällen kann und welche nicht. Ja, erstmal komm mal hier mit rum. Dass du mir den Rücken deckst, weil ich muss gleich ins Buch schauen. Und genau... Bei dem Ding ist nämlich mir das letzte Mal einer an den Rücken gejumpt. Oh, ich hab nur kurz meine extra Fälle gemacht. Ja, okay. Es ist auch Bewegung dahinten. Ja, deswegen ja. So... Ich hör's nämlich auch schon wieder. Ja, ja. Ist das ein Bambi? Bambi aber. Okay. So, das haben wir dran. Wollen wir mal schnell stillen. Da haut irgendwie gegen unsere Wände. Echt? Wo denn? Kann ja nur hier. Hier bei mir. Vor unserem Zahn... Oha. Entweder ist man so verwöhnt vom Quartana oder ich weiß auch nicht. Wir sind vom Quartana verwöhnt. Aber das ist... Das ist das Problem. Aber das ist so einem langsam vorkommen der Zerschlagen. So, das können wir hier eigentlich so schnell zuzimmern. Und dann sollten wir auch gleich mal reingehen, was fordern. Und trinken. Und trinken, denn wir haben auch keine Power mehr. So sieht's nämlich aus. Ich sehe gerade, dass ich schwer zu weit vom Mikro weg bin. Einen Moment. So, jetzt bin ich wieder lauter hoffe ich. Einen noch. Einen noch. Dann haben wir es. Eichhörnchen. Dann machen wir jetzt mal eine allgemeine Futterpause und gehen mal los. Genau. Kurz was spachteln. Einmal zwischenspeichern vielleicht. Weil ist ja wieder was geschafft. Also unten stehen auch zwei. Drei Schlitten. Okay. Also wenn wir schon mal eine in der Nähe des Speicherpunkte sind, dann machen wir das auch. Oh ja, oh ja. Sicher, sicher. Ja, bevor wir wieder nachher Probleme kriegen. Ich darf ja immer noch nicht aus der Schüssel trinken. Ich glaub's nicht. So, wir snacken zwei Beine. Ja, ah, ah, ah. Gut, wir dürfen ja nicht rauskriegen, weil nichts drin ist. Ich darf ja auch nicht rauskriegen. Alles klar, dann Licht ist da dran. Regne! Aber zum Notfall haben wir noch einen Fluss vor der Tür. Ja, da ist er nicht. Also den Teich da. Cola hat man ja auch noch. Also so der. Guck mal, da ist noch ein Kopf auf dem Feuer. Ah stimmt. Hab ich auch noch einen zum Ausbrennen? Nein, hab keinen mehr. Mann sieht unser Innotar gerade gerupft aus. Herrlich. Ja. So, und weiter geht's. Ein Pinze. Ähm, dann lassen wir uns mal überraschen, wann sie uns jetzt gleich wieder auf die Fresse hauen. Oh ja, oh ja. Na? So, wir können ja den angefangenen... Ach ne, wir müssen erst wieder mit Blaupausen arbeiten. Wir müssen ja neu ziehen. Jetzt müsste hier eigentlich eine Falle hin. Da haben wir aber einen Baum im Weg. Wir schnappen uns mal eine Axt. Und holzen das Ding mal ab hier. Irgendwas bewegt sich da. Ich hoffe, es ist nur ein Bambi. Linke Seite war eben. So, fällt in die richtige Richtung. Von uns weg. So wollten wir das auch. So, Falle. Ach, die müssen wir jetzt komplett wieder drehen. Sehe ich gerade. Drehen, 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 drehen. Und wir kriegen sie hier nicht hin. Nein. Wieso nicht? Irgendwas anderes ist hier im Weg. Einfach allgemein. Weil wir müssen mega weit weg auf ne freie Fläche auf einmal. Okay. Vielleicht der Baum stumpf? Ja, also ich könnte sie überall schief reinbauen, also. Wär ja auch so. Lass doch den Platz aus und baue Wann. Ja, wird zwar nicht. Damit wir wieder eine ordentliche Pfanne setzen können. So super aussehen. Leider nicht so, wie ich das dann erhofft habe. Aber okay. Müssen wir. Es führt kein Weg dran vorbei. Ähm. Dann ziehen wir das bis dahin erstmal. Ach ne, wir hätten. Blödsinn. Am Baumsturm noch vorbei gemusst. Damit sich das lohnt. Machen wir gleich so. Ist leider ein langes Stück Wand geworden. Aber naja. Können wir nicht ändern. Müssten wir gucken, dass wir das irgendwo nachher mit eingebaut kriegen. Dass das Kind dann leicht symmetrisch aussieht. Mhm. Oh, die Schlitten stehen zu nahe ineinander hier. So, den wollen wir rausfahren. Wir sehen gar nichts. Da ist ein Baum. Die sammeln wir noch auf. Und nochmal vier. Vorsicht. Oh. Wo ist der denn? Ins Lager geflogen. Ja. Von den Viechern. Doppel oder keiner kommt. Ich seh nichts. Du hast gerade alle Schlitten geschoben. Ja. Ich hab nichts gesehen. Einfach mal drauf halten. Ich seh jetzt auch wieder nichts mehr. Ich kann mich nicht bewegen. Gar nichts. Wo ist denn meine Blaupause? Hallo? Da. Ey, das ist hier ein Rätselraten ist das. Das ist eine Falle ausgedrückt worden. Aber nicht von denen, die wir neu gebaut haben. Nee, ich klang auf der Leise. Könnte bei unserem Lager. Ja, genau. Ach, sieh mal. Hier habe ich noch einen Schlitten stehen lassen. Hau ab, Bambi. So. Jetzt brauche ich gleich wieder deinen Leibwächterschutz hier. Wir müssen nämlich wieder diese Dinger reinsetzen. Weitere haben wir kein Holzbuch. Ja, wir können mal... Nimm mal einen Schlitten mit hier. Dann haben wir genügend Holz gleich da. Vielleicht brauchen wir neun Stück. Das ist ja gar nicht. Voll Rätselraten, ne? So. Das ist ja gar nicht. Voll Rätselraten, ne? Arsch retten hier jetzt. Ne, wir blättern. Wir müssen da. Okay, die ganze Ecke scheint hier verbuggt zu sein. Wir können da nämlich auch keinen reinsetzen. Wird rot angezeigt. Komplett. Wir können die ganze Wand somit nicht schützen. Aber es wird hell. Na doch. So langsam kriege ich's hin. So. Wo? Na alter. Sorry. Ja genau, wo will denn das Scheißding hin? Okay, das wird nix. Dann versuchen wir das mal. Das ist überlebte, ja. Ja, ich hab eher Sorge um unsere Sachen gehabt. Ja, keine Ahnung. Jetzt ist mal wieder ein Versogen gefallen, das Scheißding. Dann müssen wir den nochmal neu setzen. Keine Ahnung, warum es wieder rot ist. Ach, verdammt. Bis hier hin und weiter geht nicht. Wir hoffen mal, dass unsere Wand einfach durch den Baum später geschützt ist. Ja. Anders geht halt nicht, ne? Ne. Ähm. Nimmst du jetzt die schöne Stimme? Ich dachte hier noch zwei Bäume stehen, die sollen wegnehmen, oder? Die zwei? Wieder 1 zu viel reingesetzt. Glaube ich. Ähm. Die beiden hier, ja kannst du wegnehmen. Ich guck mal, wo ich eine neue Plattform rankriege. Dann bauen wir die mal rein. Ähm. Plattform, Plattform. Da haben wir. Da hätten wir gerne.